Jetzt haben wir auch ein Finale, ein Finale im Blauen Bock. Wir besingen das heute und hier ist für heute unser Blaues-Bock-Finale. Heute Nacht oder nie sollst du mir sagen nur das eine, ob du mich liebst. Heute Nacht oder nie will ich dich fragen, ob du deine Liebe mir gibst. Heute Nacht oder nie will ich für dich allein nur singen, bis morgen fließt. Du hörst die Melodie, heute Nacht oder nie. Heute ist ein Feiertag für mich und alle Leute freuen sich. Heute fällt mein Herz vor lauter Glück, zerspringen, zerspringen. Heute ist ein Feiertag für mich und alle Leute freuen sich. Heute räum ich jeden Augenblick von Liebe und Glück. Heute geh ich zum Maxim, da bin ich sehr intim. Ich duze alle Damen, ruf sie mit großen Namen. Lolo, Lolo, Giu-Giu, Klo-Klo, Mardo, Fru-Fru. Sie machen mich vergessen, das teure Vaterland. Ich bin heute so verliebt, wie heute war ich noch nie verliebt. Mein Herz möchte vor Glück vergehen, noch lieber das Leben zu stehen. Ich bin heute so verliebt, so unser Verliebt. In wem soll ich's stehen, frage ich mich. Wer weiß, vielleicht er mit dir. Es kann zwischen heute und morgen, so uns aber vieles geschehen. Du kannst zwischen heute und morgen eine andere, schönere sehen. Drum sollst du mir heut nichts erzählen, ich liebe dich so, wie du bist. Man soll sich mit Lieden die Stunden nicht wählen, in denen man besser glücklich ist. Heute Nacht hab ich geträumt von dir, du heiß geliebte Frau. Du warst im Traum so lieb zu mir, du heiß geliebte Frau. Ich sah dein Bild ganz unverfüllt, so wie ich dich sah. Küss mich, so flehte ich, und du, du sagtest, na ja. Längst schon als ich erwacht, sah ich dein Bild von heute Nacht. Und was ich noch geträumt von dir, ich ganz verraten war. Warum warst du dein Traum? Warum warst du dein Traum? Ich peif heut Nacht vor deinem Fenster und komm ganz satt zu dir hinein. So manche Nacht vor deinem Fenster, hab ich gedacht, du lässt mich an. So schön wie heute, so wüsst es bleiben, so wüsst es bleiben für alle Zeit. Dann könnten wir das Glück bleiben, es wüsst es bleiben für alle Zeit. Die Hoffnung nicht wegen das Weih ist bleibte Frau. Bei uns ist es okay wie heute,�도 nicht sein, weil wir das Glück bleiben, das própria ist es tomatoes bekannt. So schön wie heute, so schön wie heute. So müsste es bleiben, die Wettung teilt schon Sekt aus. Die Kollegen, ich bitte die Kollegen, die nach uns kommen, um Verzeihung, wenn wir jetzt eine Minute vielleicht überziehen oder anderthalb, ich sage es ganz kurz. Ein Dankeschön an alle Mitwirkenden vor und hinter der Kamera, ohne die der 100. blaue Böcke überhaupt die 100 blauen Böcke nicht möglich gewesen wären. Das müsste man sagen. Also sehr, Junge, bei der Arabe. Dankeschön, vielen herzlichen Dank. So viel Geschenke, mir war es. Meine Damen und Herren, wir freuen uns, wir haben jetzt ein bisschen Pause, wir gehen auf eine Tournee, wir besuchen Sie vielleicht selbst in Essen oder in Karlsruhe oder wo es überhaupt sein wird, mit einem Abend beim Äppelwein. Und ich möchte jetzt eins sagen, wir haben Pause bis zum September, am 7. September, das ist sonntags wegen den Friseuren, wir haben gesagt, wir sollen auch mal was vom blauen Böcke haben. Wir haben uns geschrieben, kommt der blaue Bock von der großen Rundfunk-Fernseh-Infone-Ausstellung. Bis dahin auf Wiedersehen, wir freuen uns drauf, wenn es zum 101. Mal heißt... Wo ist der Satz, wir arm und reich? Nur im blauen Böcke! Wo gibt es keinen Zapf und Streich? Nur im blauen Böcke! Wo küsst uns mal die Kellnerin? Nur im blauen Böcke! Wo riecht ein Handkäs wie Jaspin? Nur im blauen Böcke! Wo riecht ein Handkäs wie Jaspin? Nur im blauen Böcke! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018